Quizfrage. Wann war die beste Zeit für richtige Action? Ich habe keine Ahnung. Na, wie sieht das aus? Genau. In den 80ern. Die allercoolsten Helden. Ich bin die beste Chance, die ihr je hattet. Die allerbesten Sprüche. Pass auf, gleich sagt er was ganz Blödes. Du bist eine Krankheit und ich die Medizin. Und die allergrößten Muskeln. Da kommt jeder auf seine Kosten. Der Feuerfreitag. Jeden Freitag im März ab 20.15 Uhr auf TNT Film.